Ich habe mich bei CO2 Online beworben, weil ich unbedingt mehr für den Klimaschutz tun wollte, und zwar hauptberuflich. Es mag an meiner Arbeit, dass ich darüber so viele verschiedene Menschen kennenlerne, aus anderen NGOs, aus Start-ups, aus Konzernen, aus Ministerien und mit ihnen auch gemeinsame Projekte auf die Beine stelle zum Thema Klimaschutz. Ich studiere nachhaltiges Management und der Werkstudiejob, den ich hier mache, passt sehr gut dazu. Die Unternehmenskultur bei CO2 Online ist sehr partnerschaftlich, freundschaftlich, kollegial. Wir unterstützen uns und ich habe das Gefühl, dass alle an der gemeinsamen Sache wirksamen Klimaschutz arbeiten. Der Arbeitgehalt bei CO2 Online ist immer sehr vielfältig und sehr spannend auf jeden Fall, es passiert ständig was. Wir geben aufeinander Acht, wir hören aufeinander, wir geben uns Raum, um zuzuhören. Wir erlauben uns, Erfolge zu feiern und auch Niederlagen zu akzeptieren. CO2 Online fördert meine Work-Life-Balance durch solche flexible Arbeitszeitmodelle. Ich kann relativ frei entscheiden, wie viel ich arbeiten möchte, wann ich arbeiten möchte und auch wo ich arbeiten möchte, ob zu Hause oder hier im Büro. Wir bieten als, glaube ich, Highlight unser gemeinsames vegetarisches Mittagessen an mit unserem Koch Dirk, der für uns das jeden Tag frisch zubereitet. Wenn ich im Büro bin, liebe ich es, mit den anderen Kollegen zusammen essen zu gehen in unserer Kantine. Es schmeckt super und der Austausch ist mir dort auch total wichtig. CO2 Online bietet eine Yoga-Stunde an, einmal die Woche, wo ich jeden Dienstag hingehe, was mir sehr viel Spaß macht, weil es ein sehr schöner Ausgleich ist zu einem langen Bürotag, den ich davor habe. Besonders gut gefällt mir auch als CO2 Online-Zuschuss zur Kinderbetreuung, wo es viele denn gibt. Das haben wir auch schon gut genutzt und an der Top-Dat-Land-Back-Zirkus und es hat sich staufgemacht und es hat uns auch finanziell adjusted. Ich mag ganz besonders aber, dass wir einen Sinn haben in dem, was wir tun und dass wir ein gemeinsames Ziel verfolgen und wissen, wofür wir hier Zeit und Kraft investieren. Dass die Dinge, die wir schaffen, dass die großartig sind, teilweise einzigartig und dass ich zu jedem Zeitpunkt sagen kann, da stehe ich persönlich voll dahinter.